Warum sich ein Mensch bestimmten Erfahrungen zuwendet und wie er sich ihnen zuwendet, hängt nicht nur von der jeweiligen gerade aktuellen Situation ab, sondern auch von einem subjektiven Relevanzsystem und schließlich von seinem subjektiven Wissensvorrat schlechthin. Kurz, Erlebnisse heben sich im Bewusstseinsstrom ab. Erfahrungen sind durch Aufmerksamkeit ausgezeichnete Erlebnisse. Manche Erfahrungen werden durch reflektierte Bewusstseinsleistungen, welche die Erfahrungen zu etwas anderem in Bezug setzen, sinnvoll.